Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Belandratung. Ich habe heute zwei Gäste, die aus dem Bereich der Kultur kommen und sich da sehr engagieren und freue mich sehr, dass beide den Weg hierher ins Landratsamt gefunden haben. Ich grüße zunächst mal Thomas Fritsch ganz herzlich. Thomas Fritsch ist Gambist, national, international anerkannter Musiker, auch hoch geehrt durch den Echopreis, aber auch hier im Burgenlandkreis engagiert als Sonderbotschafter des Burgenlandkreises. Wer so weit, jedenfalls in normalen Zeiten, durch die Welt kommt, der kann eben auch den Ruf des Burgenlandkreises in die Welt hinaustragen und das machst du, lieber Thomas. Vielen Dank, dass du hier bist. Und ich grüße ganz herzlich Robert Weinkauf. Lieber Robert, du bist Multikultur engagiert, einerseits bekannt durch das Montalbane-Festival, wo du selber als Sänger auftrittst, aber auch organisierst. Ein Mittelalter-Festival, das es in dieser Form in Deutschland nirgendwo gibt. Und du bist gleichzeitig aber auch das Gesicht von Goseck, von diesem historischen und mittelalterlichen Standort, der fast auch Welterbe geworden wäre, zusammen mit dem Naumburger Dom. Und mit beiden möchte ich natürlich reden über die Lage der Kultur in einer Zeit, die durch die Pandemie geprägt ist. Beide sind Musiker, die auch von der Musik leben müssen. Und deshalb ist zunächst mal meine Frage, wie ist jetzt ein Jahr nach Beginn der Pandemie die Situation bei euch mit eurer Musik und wie gelingt es überhaupt, durch die Pandemie zu kommen? Thomas, willst du vielleicht zuerst? Ja, das ist eine Frage, die uns nicht nur bewegt, sondern die immer drängender wird. Es begann am 1. März des vergangenen Jahres. Da reiste ich aus Hannover nach Hause zurück, nachdem ich eine CD-Produktion dort beendet hatte. Und kaum war ich zu Hause, erreichte mich der Anruf des Gewandhauses zu Leipzig, der die Passionsaufführungen der Bachschen Matthäus-Passion mit Thomanern und Gewandhaus absagte, die in jedem Jahr in zwei Konzerten jeweils 2.300 Menschen in die Thomaskirche nach Leipzig ziehen und wo Busladungen von Publikum vor der Thomaskirche ausgekippt werden. Und es ist ein großes Ereignis und auch ein großes Ereignis für mich jedes Mal wieder an der Stelle, an der Johann Sebastian Bach selbst musiziert hat, dann sitzen und spielen zu dürfen. Und dieses emotionale Leck, das durch diese Absage entstand, neben dem wirtschaftlichen Schaden, den es auch bedeutet, das ist eigentlich über dieses reichliche Jahr immer größer geworden. Die Verdienstausfälle, die wir haben als freiberufliche Künstler, das heißt, wir erhalten Honorar, wenn wir auch tatsächlich in unserem Beruf vor Publikum auftreten. Und wenn wir das nicht tun, dann gibt es nichts. Und es gibt auch kein Kurzarbeitergeld für uns. Diese wirtschaftlichen Ausfälle sind natürlich für uns existenzbedrohend. Und was meinst du mit emotionalem Leck? Und das ist die zweite Seite, die auch in der politischen Betrachtung nie vorgekommen ist. Wer diesen Beruf ausübt und ihn als Berufung ausübt, der kann ohne diesen Beruf eigentlich gar nicht. Und wenn man nicht vor Publikum auftreten darf, wenn man auch Publikum nicht trifft, so wie das nach Konzerten ist, dass Menschen kommen, dass Menschen um Autogramme bitten, dass Menschen CDs kaufen, sich erkundigen, was wird ihre nächste CD sein. Wenn all dieser Austausch nicht mehr ist, dann fällt man emotional auch in ein tiefes Loch. Und dieses Loch kann man eigentlich gar nicht dramatisch genug betrachten, weil es schlägt sich in unserer Gesellschaft nieder. Das ist ein Riss, der auch in unserer Gesellschaft spürbar wird. Und es ist ein Riss, der international spürbar wird, weil wir reisen ja zu Konzerten eben auch in die ganze Welt. Und wir haben Verbindungen zu Menschen in der ganzen Welt, die auf dieser Grundlage von gemeinsamer Begeisterung für Musik entstanden sind. Und darunter sind Kollegen, ganz genauso wie Menschen, die eine große Begeisterung für Musik haben, aber einen ganz anderen Beruf ausüben. Und aus diesen Kontakten entsteht unendlich viel Fruchtbringendes auch, das sich dann in ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen wiederum niederschlägt. All dies ist unterbrochen und das kann man auch mit den Möglichkeiten, die Kontakte über Telefon und E-Mail und Bildschirme ermöglichen, zwar eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten, aber man kann es in keiner Weise ersetzen. Du sagtest, du reist in alle Welt in normalen Zeiten. Umgekehrt bringt uns natürlich aber auch die Kultur, die hier stattfindet und die wir hier normalerweise anbieten, auch Gäste aus aller Welt. Und ein solcher Anziehungspunkt war in jedem Jahr auch das Montalbane Festival. Da gibt es Interessenten, die wirklich extra deshalb nach Freiburg kommen, in die Region kommen und sich das anschauen. Herr Robert, das konnte nun auch im letzten Jahr nicht stattfinden, das fiel aus. Zur Hälfte konnte es zumindest stattfinden. Inwiefern? Wir hätten letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gehabt mit diesem Festival. Also 30 Jahre ein Festival zu machen, was es in Europa nur dreimal gibt und davon einmal in Deutschland und das in Freiburg an der Unstruth. Das sollte natürlich gefeiert werden und wir haben dann von unserem jährlichen Sommertermin schon auf den Herbst verschoben, aber aufgrund der Voraussetzungen, die wir als Veranstalter erfüllen mussten, haben wir sozusagen das Repertoire dieses langen Wochenendes halbiert und in diesem Jahr soll die zweite Hälfte stattfinden, also Jubiläum 30a und b. Und wir planen das auch so, dass wir hoffen, dass es in dieser kleineren Version stattfinden kann. Um auf das von Thomas zurückzukommen, also mein Lebensweg hat mich dahin geführt, dass ich als Musiker praktisch nur ein Drittel meines Lebens bestreite, jetzt auf der wirtschaftlichen Basis, weil ich ja auch noch in Museen arbeite. Und trotzdem, was absolut identisch ist, wo ich auch denke, dass das viel zu wenig eine Rolle spielt, auch in allen politischen Besprechungen, ist so diese emotionale Ebene, nicht nur bei den Künstlern, und das betrifft ja nicht nur uns Musiker, sondern es betrifft ja Theaterleute, Balletttänzer usw. auch, Autoren, die lesen ihre Bücher zum Beispiel, sondern es betrifft natürlich auch das Publikum. Und man darf bei all den Diskussionen über die Wirtschaftlichkeit auch immer nicht vergessen, dass diese emotionale Ebene ja auch zu einer gegenseitigen Sensibilisierung führt, also auch zu einer sozialen Sensibilisierung. Und die geht nun seit einem Jahr im Prinzip auch schon, also man merkt, wie gedimmt die ist. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass diese emotionale Ebene vom kleinen Kammerkonzert über eine Buchlesung bis hin zu Stadionkonzerten, dass das nachlässt, bringt für mich, oder ich habe die Idee, dass dieses exponentielle Wachstum so von Unzufriedenheit und der Art und Weise, wie die geäußert wird, auch auf sehr persönlicher, angreifender Ebene, dass das miteinander zu tun hat. Also Leute, die regelmäßig sich emotional auch an Büchern oder an Gemälden oder an Musik erfreuen können, die werden nicht das Gegenüber permanent auch beschimpfen. Also ich denke, da gibt es wesentliche Zusammenhänge, die die ganze Gemeinschaft, in der wir leben, betreffen. Und da denke ich, dass das viel zu wenig berücksichtigt wird, dass das auch eine Rolle spielt. Das geht ja bis in das Kleine im Dorf hinein, wenn dann eben im Heimatverein die Zusammenkünfte nicht mehr möglich sind, wenn der Heimatverein für das Dorf oder die Umgebung das Kulturereignis des Jahres nicht mehr organisieren kann. Da besteht ja auch die Gefahr, dass es gar nicht mehr stattfindet, weil irgendwann einer sagt, das war es dann jetzt, ich mache nichts mehr. Ja, gerade die Heimatvereine, wenn du die erwähnst, also die haben ja fast alle das Problem, dass sie überaltert sind. Das heißt, da ist es schon ohnehin schwierig, sozusagen den Kontakt zwischen nicht nur den Mitgliedern des Vereins, sondern auch wirklich der Dorfgemeinschaft in den meisten Fällen aufrechtzuerhalten. Und dann sind es tatsächlich sowas wie ein Goseck-Friederfest oder Weinbergfest oder sowas, also wo so zwei-, dreimal im Jahr wirklich das Dorf auch zusammen was organisiert. Und über so einen langen Zeitraum, wie wir den jetzt schon haben, also schon ein Jahr, und es ist ja nicht absehbar, wie sich das dieses Jahr entwickelt, ob verschiedene von den Veranstaltungen und auf welche Art und Weise wieder stattfinden können, auch dieser Kontakt bricht zusammen. Und die ohnehin schwierigen Konstruktionen von überalterten Heimatvereinen könnte dazu führen, dass wenn es dann mal wieder losgeht, sagen wir mal nächstes Jahr im Frühjahr, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, dann sehe ich auch die Schwierigkeit, dass Leute, die das im Ehrenamt und mit Herzblut gemacht haben, dass sie nicht bis dahin sozusagen auch in sich runtergefahren sind mit ihrem Engagement für solche Sachen. Betrifft übrigens auch sehr die Chöre. Da habe ich von Chorleitern, seien es jetzt kirchliche Chöre oder Chöre, die außerhalb der Kirche sich treffen, da habe ich ganz oft solche Bedenken gehört. Ja, weil da selbst ja das Proben dann nicht geht und das gehört ja zu dieser Gemeinschaft zwingend dazu, nicht mal nur der Auftritt. Man kann ja schon durch das Proben ganz viel an Gemeinschaft dann erleben, auch das findet nicht statt. Thomas, du hast schon erfolgreich versucht, die große Musik aufs Dorf in die Region zu holen. Es gab ein erstes großes Welterbeklangkonzert in Schulpforte und eigentlich wäre das zweite große Ereignis in Schleberoda gewesen. Wir haben da schon, glaube ich, zwei Anläufe erfolglos unternommen, um das, was Robert jetzt vom Heimatverein und von der Dorfgemeinschaft sagt und das, was die große Musik da hineinbringen könnte, das zusammenzubringen. Siehst du da eine Chance, dass man das dann, wenn die Situation sich verbessert, dann endlich nachholen kann? Und was wäre das dann konkret in Schleberoda? Ich hoffe jetzt nach der dritten Verlegung sehr auf den 29. August in diesem Sommer. Und dieses nächste Welterbeklangkonzert in der Kirche zu Schleberoda, diesem kleinen, zu Freiburg eingemeindeten Dorf, das aber eine so wunderbare dörfliche Gemeinschaft bildet, was man nicht nur an dem äußeren Erscheinungsbild sieht, sondern vor allem an der Art, wie die Menschen in diesem Dorf miteinander umgehen. Dieser Ort mag ein kleines Dorf sein, er ist aber tatsächlich ein bislang unbeachteter Bachort. Und die Geschichte dahinter ist ganz kurz und simpel zu sagen, die meisten Menschen werden die berühmte Jagdkantate von Johann Sebastian Bach kennen, die in Weißenfels Uhr aufgeführt wurde und sie bildete den Abschluss eines herzoglichen Kampfjagens. Und die herzogliche Sau- und Hirschjagd fand in den Wäldern um die Neuenburg, in der alten Göhle, statt. Und in Schleberoda stand und steht bis heute das Gebäude der herzoglichen Oberförsterei. Von dort aus wurde all dies organisiert. Deswegen hat diese Kirche auch eine Herzogsloge und wurde baulich erweitert, um angemessen für den Herzog zu repräsentieren. Und Johann Sebastian Bach reiste damals aus Weimar an für diese Einstudierung und Aufführung der Jagdkantate. Ob er direkt nach Weißenfels gereist ist oder vorher zum Herzog nach Schleberoda bestellt wurde, wissen wir nicht. Aber ohne Schleberoda gäbe es dieses Meisterwerk, das in der ganzen Welt bekannt ist, nicht. Und darauf möchte ich aufmerksam machen und ich habe den wunderbaren amerikanischen Chambalisten Prof. Mark Kroll dafür eingeladen, mit dem ich in der ganzen Welt konzertiert habe und der zugleich auch ein wunderbarer Botschafter dieser Musik, aber auch amerikanischer Kultur ist. Und das zieht sehr viele Menschen, die mich mehrfach dann enttäuscht angeschrieben oder angerufen haben und gefragt haben, wann wird es denn nun endlich stattfinden. Das heißt, wir haben hier in einer der ganz kleinen Zellen unserer Gemeinschaft hier im Burgenlandkreis nicht nur die Welt zu Gast, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was von hier aus in die ganze Welt ausstrahlt. Wenn ich beispielsweise in den USA bin, begegne ich immer wieder recht vielen und erstaunlich vielen Menschen, die sehr genau wissen, dass wir hier in Mitteldeutschland auf einem über Jahrhunderte gewachsenen kulturellen Schatz leben, von dem so viele Zeugnisse zum Beispiel in Form von Bauwerken zu sehen sind und die manchmal mit etwas Wehmut und Neid sagen, du hast es gut, dass du da immer zu sein kannst und wir müssen vielleicht von Japan aus weite, teure Reisen unternehmen, um einmal im Leben dahin zu kommen. Und diese Wertschätzung, die man unserer Gegend entgegenbringt, die ist fantastisch zu erleben, aber das ist mir nicht genug. Ich möchte sie den Menschen, die hier leben, natürlich auch weitergeben und ihnen sagen, ihr habt allen Grund, sehr stolz zu sein auf die Gegend, in der ihr lebt und auf den Reichtum, den uns unsere Vorförderin übergeben haben. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen Reichtum nicht nur zu bewahren, sondern aktiv damit umzugehen und gleichzeitig der nachwachsenden Generation zu vermitteln. Denn wenn wir das nicht tun, dann entsteht eine Lücke und dann war es das irgendwann auch mit diesem Reichtum. Und da ist diese Zeit, entschuldige, wenn ich das noch sage, eine ganz große Gefahr, weil sie so dazwischen schlägt. Sie schlägt zwischen unserer Beziehung, die wir hier in der Gegend unterhalten, aber eben auch bis hin zu allen Beziehungen, die wir in alle Welt unterhalten. Und das ist die große Gefahr und wir merken es in unserer Gesellschaft zunehmend, welche Veränderungen passieren. Und wenn mir etwas Angst macht, dann das mehr als alle wirtschaftlichen Folgen. Du hast, Thomas, im Vorgespräch vorhin gesagt, wir müssen den Menschen, die hier leben, verständlich machen, auf welchem Schatz wir hocken. Das hast du jetzt mit anderen Worten ja jetzt auch so bestätigt. Das geht ja auch in die Richtung, was wir hier im Zusammenhang mit der Antragstellung zum Weltkulturerbe erlebt haben, wie viel Begeisterung und Emotionen die Menschen hier in der Region verspürt haben. Robert, du warst da selbst dabei im Welterbeverein, auch eben mit und für GOSEC. Und auch da spüren wir ja jetzt spätestens seit Anfang des letzten Jahres, dass das Thema auch in der öffentlichen Wahrnehmung kaum stattfindet. Obwohl es ja jetzt besonders wichtig wäre im Vorfeld eines Welterbezentrums und anderer Dinge, dass sich hier möglichst viele einbringen und weiter an dieser Identifikation mit ihrer Heimat, ihrer Geschichte, ihrer Kultur arbeiten. Das sehe ich ganz ähnlich wie das, was Thomas gesagt hat. Also da sind wir uns ja auch in sozusagen unseren Botschaftertätigkeiten ähnlich, dass wir also mit, in dem Fall beide musikalischem Repertoire aus dieser Gegend auch rumreißen und davon erzählen oder singen oder spielen. Und damit natürlich auch diesen Welterbe-Gedanken, den wir hier haben und der ja wirklich kurz bevor oder bis zu der Zeit, als der Dom in Naumburg dann Welterbe wurde, also kulminierte auch emotional, also wo sich wirklich, wo ich zumindest das Gefühl hatte, dadurch, dass ich eben viel auch mit den Leuten zu tun hatte, dass das gerade wirklich verankert war emotional, in was für einer Region wir hier leben, über einen ewig langen Zeitraum, also die hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft eben bis heute. Und dass das jetzt nachlässt, das liegt natürlich einerseits daran, die Leute haben andere Probleme, aber es liegt auch daran, dass Leute wie Thomas oder wie wir mit dem Montalbana Ensemble zum Beispiel nicht mehr ausstrahlen können. Und wir waren ja da sozusagen auch, vielleicht Katalysatoren kann man sagen, weil wir natürlich dann auch Leute, also das Publikum angesteckt haben mit dem, was wir machen. Das heißt, die Begeisterung, die war ja so miteinander entstanden. Und jetzt fällt natürlich die Begeisterung beim Publikum zum Beispiel weg, hier regional, weil es keine Veranstaltung gibt. Das heißt, auch die Leute, die hier wohnen, habe ich die Befürchtung, dass die zu diesen Welterbe-Gedanken oder diese Schönheit unserer Region und die Wichtigkeit unserer Region in den Hintergrund rücken und eben also jeder Einzelne hier in unserer Region sozusagen von seinem unbewussten oder bewussten Botschaftercharakter abfällt, ohne das Böse zu meinen, einfach weil diese Verbindung fehlt. Also ich merke das zum Beispiel im ganz Kleinen, also viel kleiner als das, was Thomas macht. Aber ich habe ja so eine monatliche Veranstaltungsreihe, Weinkauf trifft, die eigentlich wirklich jeden Monat, am meisten zweiten Donnerstag, in irgendeinem Ort oder in irgendeinem Laden oder in einer Gastronomie oder was auch immer hier in dem ehemaligen Antragsgebiet stattfindet, wo ich Liedermacher vorstelle, aber im ersten Teil der Veranstaltung auch denjenigen oder diejenigen, die diesen Ort betreiben, weil ich interessante Leute der Region vorstellen möchte. Und da habe ich ein Publikum, was mir also hinterherreißt, wunderbarerweise. Und das sind alles Leute, die hier in der Region zum Teil viel länger wohnen als ich und die dann aber immer wieder sagen, ach, hier war ich noch nie. Und das ist ja interessant, Schleberoda war vor anderthalb Jahren zum Beispiel. Leute hier aus der Region waren noch nie in dieser Kirche in Schleberoda. Ich war dann mit Liedermachern dort und dann kamen plötzlich Leute von Weißenfels und Zeitz und Naumburg und sagten, ich war noch nie in Schleberoda. Also diese Bewusstseinsförderung für das, was wir hier Großwelterbe-Regionen nennen, die beginnt natürlich auch in der Emotion. Natürlich, die Bauwerke, die stehen da und die können wir zeigen und die kennt jeder. Aber das Entscheidende, glaube ich, für unser eigenes Verständnis von diesem Welterbe ist, dass wir selber das so fühlen und das immer wieder bei der Emotion. Das kann man wirtschaftlich, kann man das überhaupt nicht aufwiegen. Natürlich kann man bauen und man kann irgendwas verschönern und da braucht man Geld. Das ist auch wichtig, das ist auch gut, siehe Dom. Aber wir brauchen auch diese Emotionen wieder. Und dazu brauchen wir auch Veranstaltungen jeglicher Art oder ob das Stefan Rühlmann ist, der seine Romane liest, die hier in der Region spielen. Das sind alles so Sachen, die müssen wiederkommen, sonst haben wir einen emotionalen Abbruch. Und der führt dann dazu, dass auch der Tourismus wieder darunter leidet. Das hängt ja alles zusammen. Also ohne Kultur kann die Region auf Dauer nicht bestehen, auch nicht zusammenhalten, auch nicht auf sich selbst reflektieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass es Künstler wie euch gibt, die diese Kultur auch betreiben, auch wenn es jetzt im Moment eine doch recht schwierige Situation ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass unsere beiden Künstler Ihnen einige Aspekte aufzeigen konnten, die für Sie von Interesse waren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute wieder zur B-Landratung zugeschaltet haben. Und danke Thomas Fritsch und Robert Weinkauf für Ihre Zeit und für Ihr Engagement. Vielen Dank.